Jo Leute, wir gehen jetzt in Vollgefecht rein, versuchen 100 Runden zu gewinnen und 0 Runden zu verlieren und ja, wir machen draußen ein Format, ist nicht von mir, habe ich Gampi und so gesehen, die haben sowas ähnliches am Laufen nur machen wir in Vollgefecht, zusammen mit DJ Maxi und ich wünsche euch viel Spaß Also, ob du den gesehen hast? Ich habe ihn nicht gesehen, ich glaube, das sind beide links, oder? Ja, beide geblendet Ganz hinten, ganz hinten, da hat es mich gerade geschreckt Oh mein Gott, was? Ich weiß nicht, aber die Waffen, ich treffe nichts damit Ah, das ist ein Gegner, ich sehe doch deinen Namen da und denk mir Das bist du, Dinger, das ist aus meiner Perspektive gerade so dumm gewesen Was bei dir haben sie einen roten Punkt drüber, bei mir steht der DJ Maxi, ich auch kann, ich kriege ihn auch mal wohnen Naaa Alter Maxi, ich stehe 1-4, was ist das schon wieder? Easy. Ich hab was gemacht, Maxi. Ich hab was gemacht. Ich hab so von dir neben geschossen, wie du hättest du jetzt nicht sterben müssen, Maxi so. Wahrscheinlich zangst du genau das. Bro, shake the aim. Das war ein Ninja-Einnehmer. Schau dir hier mal. Maxi, ich bin ein Ninja. Ich glaub, ich leg mich jetzt einfach in die Zone rein. Ja, passt. Kommt mit. Er hat mich gewonshotet. Aus 20 Meter Entfernung. Ist einfach besser. Er wonshotet mich auch. Ja, er ist einfach besser. Schau dir das Alter, wo so eine Entfernung an mich wonshotet. Hä, darf er das? Maxi, du musst mehr kohlen. Ich weiß ja nie, wo die Gegner sind. Der hat die Mover die ganze Zeit. Der war mit. Das hätte ich jetzt kohlen können. Oh. Da geht nicht direkt einer. Kommt den anderen. Kommt den anderen. Wuuu. Easy peasy. Und da haben wir auch die zweite Folge gewonnen. Wuuu. 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 Wuuu.